Musik Hi und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem zweiten Kanal Bastian Moll. Im letzten Video habe ich euch ja versprochen, dass ich euch einen kurzen Parfum-Tipp geben möchte für den Mann. Und das wird jetzt heute passieren. Und zwar bin ich auf dieses Parfum aufmerksam geworden vor... Also letztes Jahr auf dem Video Day. Und zwar hat Sammy dieses Parfum getragen und ich musste ihn fragen, Alter, was ist das denn für ein geiler Duft? Was trägst du da? Und dann hat er mir gesagt, das ist Dior Homme Intense. Und darum soll mein heutiges Video auch gehen. Dior Homme Intense ist derzeit mein absoluter Lieblingsduft. Er riecht sehr, sehr schwer, sehr, sehr süß, sehr, sehr markant. Und ich finde, er riecht so ein bisschen wie ein männlicher Vanilleduft. Und bei den Mädels kommt das richtig gut an. Egal wo ich bin, ich werde fast immer auf mein Parfum angesprochen und kriege Komplimente dafür und gefragt, was ist das denn für ein Parfum? Wie heißt dieser Duft? Und ja, es ist Dior Homme Intense. Das ist mein absoluter Lieblingsduft derzeit. Wenn ihr einen Duft sucht und ihr sagt, okay, ich gebe auch ein bisschen mehr aus, weil der hat 70 Euro gekostet. Diese kleine Flasche 70 Euro. Aber es lohnt sich verdammt nochmal echt diesen Duft zu kaufen. Wenn ihr Lust habt, dann versucht ihn doch mal zu testen. Ansonsten poste ich ihn euch unten in die Infobox. Da findet ihr den dann auf Amazon. Manchmal gibt es den da sogar im Angebot. Aber wie gesagt, Dior Homme Intense ist derzeit mein absoluter Lieblingsduft. Ein perfekter Duft für den Winter und für den Herbst. Lasst mich wissen, was ist denn euer absoluter Lieblingsduft? Also welches Parfum tragt ihr momentan jeden Tag? Wo ihr sagt, ich kann gar nicht genug davon aufsprühen. So geht es mir übrigens mit diesem hier. Lasst es mich wissen, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und beim nächsten Video, im nächsten Video spreche ich mit euch über das Thema Rasurbrand und mache eine Produktreview. Beziehungsweise bespreche ich ein Produkt, wo ich schon mal darauf angesprochen wurde, ob ich dazu mal bitte ein Video machen kann. Mache ich. Danke für's Einschalten und bis zum nächsten Video. Euer Bastian. Ciao, ciao. Wenn ich warm werde, dann gehe ich damit einfach vorne so ein bisschen durch. Zack, lass das schon, weil ich das schon so gut finde. Beziehungsweise hole ich es noch ein bisschen weiter nach vorne. Und die wirklich groß. Dieses hier ist von GHD und lässt sich bei uns Männern einfach besser anwenden mit einem Kleinglätteisen. Außerdem geht das recht schnell heiß, passt mal auf.